Ich lerne Deutsch. Nummer 14.423 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Grillbesteck liegt bereit für unseren Grillabend. Für ein jugendliches Aussehen bin ich zum Ausprobieren vieler Dinge bereit. Das Meer hat eine unendliche Weite, die den Menschen demütig und staunend macht. Das Meer hat eine unendliche Weite, die den Menschen demütig und staunend macht. Die Fantasiegeschichten dieses Autors sind einfach fantastisch. Er betont, dass die Geschichten sehr kreativ, spannend und unterhaltsam sind. Die Mitglieder der Organisation teilen ein gemeinsames Verständnis ihrer Mission und Vision. Die Mitglieder der Organisation teilen ein gemeinsames Verständnis ihrer Mission und Vision. Meine Freundin Christiane hat einen großartigen Sinn für Humor. Heute hat fast jeder Mensch etwas mit Sport zu tun. Heute hat fast jeder Mensch etwas mit Sport zu tun. Es gibt mehr als 250 Sportarten. Heute hat fast jeder Mensch etwas mit Sport zu tun. Es gibt mehr als 250 Sportarten. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. So, jetzt geht's. Vielen Dank.